Für die Fraktion der Grünen hat jetzt das Wort Frau Harms. Ja, meine Damen und Herren, als ich mich gestern versucht habe, auf die Debatte vorzubereiten, bin ich nochmal durch die Zeitungen durchgegangen, die ich seit einer Woche aufgestapelt habe in meinem Büro. Das mache ich immer so, wenn ich nicht mehr weiß, wie es eigentlich weitergeht. Und das geht mir im Moment so. Dann sammle ich und sammle ich. Und oben auf dem Stapel dieser Zeitungen der letzten Woche, da lag eine deutsche Zeitung mit dem Foto, dem Porträt eines griechischen Rentners, der weinend vor einem Geldautomaten zusammengebrochen war. Und es ist für mich jedenfalls das Foto, das bleibt in Erinnerung an diese Woche. Und ich glaube, dass in diesem Foto eigentlich eingefangen worden ist, sowohl die Gründe, die in Griechenland dazu geführt haben, dass 60 Prozent mit Nein gestimmt haben. Ich glaube aber, und das ist der Irrsinn dieser Situation, dass in diesem Foto auch viele der Gründe eingefangen worden sind von den Leuten, die mit Ja gestimmt haben. Weil die Abstimmung in Griechenland war eine Abstimmung darüber, dass die Verelendung eines großen Teils der Gesellschaft, und es ist keineswegs bisher die ganze Gesellschaft, eines großen Teils der Gesellschaft nicht mehr weitergehen kann. Die Abstimmung war aber auch eindeutig eine Abstimmung darüber, dass man Hoffnung auf Veränderung immer noch an die Europäische Union knüpft. Und das ist jetzt Ihre Aufgabe. Da denke ich eben auch, dass Sie in einer historischen Situation der stärkste Premier Griechenlands sind, jedenfalls in meiner eigenen Erinnerung, und dass Sie jetzt derjenige sein müssen, der Ihr Volk in eine ordentliche Reformperspektive führt. Das, was bisher nicht passiert ist, und wo übrigens auch die Europäer eine Verantwortung haben. Dieses Reformprogramm der Troika, das macht doch das Wort Reform an sich zu etwas, wovor man nur zurückschrecken kann. Und ich habe eigentlich, muss ich Ihnen jetzt sagen, vielleicht bin ich naiv, aber ich habe eigentlich erwartet, dass Sie hierher kommen und nicht nur sagen, Schluss mit Nepotismus und Korruption, sondern ich hatte diesen naiven Wunsch, der Tsipras kommt jetzt und sagt, so werde ich das mit meinen Leuten machen. So wird ein gerechtes Steuersystem aussehen. So wird ein gerechtes Rentensystem aussehen. Wir wissen doch alle, dass man kleine Renten nicht weiter kürzen kann. Aber die Frage ist, wie werden die Renten in Griechenland gerecht? So wird in Zukunft das Gesundheitssystem in Griechenland aussehen, damit wir keine armen Kliniken mehr brauchen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das, womit Sie nicht nur die Griechen in eine bessere Zukunft führen können, sondern womit Sie dafür sorgen können, dass die Europäer mit Ihnen mitgehen. Und das müssen wir. Dieser Zusammenhalt, der verloren gegangen ist in den letzten fünf Jahren, der kann zurückgewonnen werden, wenn Sie so mit Ihren Leuten und mit den Bürgern Europas reden. Damit meine ich eben nicht nur die Staats- und Regierungschefs oder einige derjenigen, die jetzt hier heute nicht unbedingt dazu beigetragen haben, Sie einzuladen. Sie müssen in diese direkte Debatte und die Europäer, das hat Giefer-Hofstadt gesagt, die müssen aus einer falschen Politik zu der Schuldenlast raus. Und ich bin da eben auch genau der Meinung von Giefer-Hofstadt, dass da eine Lösung gefunden werden muss, die nicht nur für die Griechen gebraucht wird, sondern die für andere Krisenländer gebraucht werden. Dann ist das nämlich auch gerecht. Und dann ist das auch europäisch. Herr Zipras, ich weiß, dass man leider die Zeit nicht anhalten kann. Ich wünschte mir, wir könnten das. Es ist offensichtlich so, dass alles in dieser Woche entschieden werden muss. Hören Sie auf diejenigen, die eine europäische Lösung wollen. Und denken Sie daran, weil Sie so stark an die Demokratie appellieren. Europa ist groß, der Osten gehört dazu, der braucht auch Solidarität. Und Demokratie und Putin, das geht nicht. Ich wünsche Ihnen Glück und ich wünsche Europa Glück. Vielen Dank.